So, auch für Olga Strajewa aus der Sowjetunion geht es nun um eine Medaille. Ihre letzte Übung, Schwebeball. Beginnt. Schwierig. Applaus Ja, ein Zehntel. Und ein leichter Standfehler. Ja, das wird eng. Ich fürchte, es wird wohl kaum mehr zu einer Medaille reichen. Denn noch kommen Natalia Laschenova und Daniela Silivas aus der absoluten Spitze.